Freunde, ich hab da was für euch. Ich bin jetzt schon seit anderthalb Wochen mit den neuen iPhones unterwegs und weil ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh, um ein fertiges Review hochzuladen, weil ich einfach noch hier und da was testen möchte, gibt es heute erstmal die Punkte an den neuen iPhones, die mir gut gefallen. Das ist natürlich jetzt keine großartige Loophudelei oder sowas, keine Sorge. Ich habe auch schon einige Sachen oder ein Video hochgeladen mit den Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Guckt euch das einfach im Anschluss an, habt dann gesehen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und vielleicht hilft euch das schon mal, ich sag mal, um einen guten ersten Eindruck zu bekommen. Wichtig, ich verlinke euch natürlich das andere Video am Ende nochmal und auch in der Beschreibung findet ihr das. Guckt euch wirklich beide Videos an, um einen guten Eindruck zu bekommen. Wir wollen gar nicht lang quatschen, jetzt gibt es also die Dinge, die mir im Alltag wirklich gut gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's mit dem ersten Punkt und das ist der neue Homebutton. Ja, es ist eigentlich kein richtiger Homebutton, sondern es ist einfach eine Oberfläche, hinter die Apple die sogenannte Taptic Engine gesetzt hat, die wir auch schon aus den MacBooks kennen und zwar vom Touchpad dort oder vom Trackpad. Ich kann euch aber sagen, auch wenn es am Anfang ein bisschen dauert, sich daran zu gewöhnen, bei mir war das glaube ich, es war sogar nur eine Stunde oder zwei, es ist einfach eine sehr, sehr geniale Sache. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an, als würde man den Button drücken. Man fühlt sogar ein bisschen, dass man den unteren kompletten Bereich drückt, aber es ist sehr viel schneller, als der Homebutton damals war. Es fühlt sich relativ echt an, es ist schneller und es ist einfach ein Punkt, der das Ganze ein bisschen weniger anfällig macht. Der Homebutton, der war öfter mal so ein Ding, der ist kaputt gegangen, der wurde locker oder es hat nicht mehr richtig funktioniert. Da dem möchte Apple jetzt aus dem Weg gehen und ich kann euch sagen, der neue Homebutton mit der Taptic Engine ist wirklich eine richtig, richtig gute Sache. Man gewöhnt sich sehr schnell dran und dann möchte man es tatsächlich, zumindest ist es bei mir so, nicht mehr anders haben. Punkt 1 ist also der neue Homebutton, da hat Apple schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Punkt 2 ist die Performance, beziehungsweise die Performance und iOS 10. Die iPhones sind schnell, da kann man sagen, was man möchte. Es steckt zwar nur ein Quad-Core-Prozessor drin, aber wer ein bisschen Bescheid weiß, der weiß, dass Apple oder iOS gut mit Ressourcen umgeht und eine richtig, richtig gute Performance bietet. Das iPhone ist schnell, es ist, ich möchte nicht lügen, vermutlich das schnellste Smartphone auf dem Markt. Es gibt keine Ruckler, die Ladezeiten sind schnell. Man kann Aktionen sofort wieder abbrechen, wenn man den Homebutton drückt, weil er super schnell arbeitet. Die Animationen sind flott. In Sachen Performance kommt momentan meiner Meinung nach kein Smartphone an das iPhone ran. Es ist nicht viel Unterschied. Ich habe vielleicht den Speedtest-Vergleich mit dem Galaxy S7 gesehen. Im Alltag sind das natürlich so ein paar Dinge, die nicht wirklich auffallen, aber wenn man das iPhone in die Hand nimmt, man merkt, okay, das Ding, das flutscht, das rast, das geht einfach richtig ab. Bedeutet Performance und iOS wirklich gut gemacht. Der nächste Punkt betrifft jetzt nur das iPhone 7 Plus und auch nur in einem, ich sag mal, bestimmten Rahmen. Und zwar geht es um den Akku. Wer ein iPhone 6S Plus hatte, der wusste, okay, der Akku in dem Ding, das ist ein richtiges Monster. Die Akkulaufzeit beim iPhone 7 soll jetzt nochmal zwei Stunden mehr betragen. Ich kann euch nicht sagen, ob es zwei Stunden sind, drei Stunden, eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber die Laufzeit ist immer noch richtig gut. Man kommt bis zum zweiten Tag durch. Das ist eine Sache, die man heute in Smartphones unbedingt braucht. Was mich hier stört, ist, dass wir immer noch kein Wireless-Charging und vor allem kein Fast-Charging haben, denn der Ladezyklus, das Wiederaufladen des Akkus, das dauert schon wirklich, wirklich lange, aber man hat eine richtig, richtig gute Laufzeit und deswegen ist es meiner Meinung nach okay. Ganz wichtig, das bezieht sich nur auf das iPhone 7 Plus. Der Akku des iPhone 7, den könnt ihr vergessen, der ist nicht toll. Es hält nicht lange aus und es dauert lange, vergleichsweise lange zum Laden. Deswegen hier wirklich der Pluspunkt nur an das iPhone 7 Plus. Wir machen weiter mit der Kamera und auch hier geht, ich sag mal, ein kleiner Happen mehr in Richtung iPhone 7 Plus. Die iPhone-Kamera wurde verbessert im Vergleich zum Vorgänger. Vor allem wurde der Autofokus verbessert und auch in Sachen Low-Light merkt man, okay, da hat sich was getan. Es ist ein bisschen besser. Wichtig ist aber, vor allem beim iPhone 7 Plus, also das war jetzt der Punkt für beide iPhones, aber beim iPhone 7 Plus haben wir eben noch eine zweite Linse und was mir hier besonders gut gefällt, ist nicht, dass wir große Spielereien damit machen können, sondern ganz einfach der zweifache optische Zoom. Man kann zweifach optisch reinzoomen und zehnfach digital, das könnt ihr aber knicken, lasst dieses Digitale rumgespiele, ihr werdet damit einfach nicht glücklich. Der zweifache optische Zoom, der ist aber schon wirklich stark. Ich habe mittlerweile einige Situationen gehabt, in denen ich mir bei meinem anderen Smartphone gewünscht hätte, dass ich optisch zoomen könnte. Bedeutet, dieser optische Zoom in einem iPhone 7 Plus, der ist wirklich gut. Die Kameraleistung an sich ist auch gut. Es ist nicht die beste Smartphone-Kamera am Markt. Das Galaxy S7 Edge ist da meiner Meinung nach noch vorne und das Note 7 auch. Aber es ist schon eine sehr, sehr gute Kamera und im 7 Plus eben mit optischem Zoom geht klar. Wir kommen zu den zwei letzten Punkten. Eine davon ist die IP-Zertifizierung, die ja auch nur so halb da ist. Eigentlich haben wir eine IP67-Zertifizierung. Das bedeutet, ganz klar gesprochen, okay, man kann maximal 30 Minuten in bis zu 1 Meter tiefem, klaren Süßwasser fahr, weilen ohne das, was kaputt geht. Apple selbst möchte dem aber, oder möchte so ein bisschen, ich sag mal, den schwarzen Peter wegschieben und sich nicht darum kümmern, wenn man wirklich damit baden geht, sondern man verkauft das Ganze als Spritzwasser geschützt. Ist eine gute Sache. Deswegen kann man in eine Pfütze fallen oder mal in die Badewanne, mal ins Klo und ihr könnt auch im Regen damit telefonieren. Das macht dem Ganzen gar nichts aus. Und das finde ich, ist wirklich eine sehr, sehr gute und praktische Sache. Seid aber bitte, bitte feuchtig. Ich sag euch das schon seit Jahren bei jedem Smartphone, geht damit nicht schwimmen. Geht vor allem nicht ins Meer, denn das ist ganz schlecht. Geht damit nicht ins Schwimmbad. Wenn ihr irgendwo klares Wasser habt, dann ist das okay. Aber spielt damit nicht rum. Das ist Elektronik und Elektronik gehört nicht ins Wasser. Ihr könnt euch aber sicher sein, wenn es mal ein bisschen regnet, dann sollte da nicht viel passieren. Ganz wichtig, bitte sorgt dafür, dass dieser Slot hier an der Seite zu ist. Also der, in den dann die SIM-Karte kommt. Denn der ist scheinbar, wenn ich mich so durchs Internet lese, der Schwachpunkt, da kommt gerne mal Wasser rein. Also seid da bitte feuchtig. Aber die IP-Tertifizierung ist auch eine gute Sache oder eine, ich sag mal, relativ notwendige oder gute Verbesserung. Und zu guter Letzt wären dann noch die Lautsprecher. Es gibt unten einen Lautsprecher und es gibt einen in der Hörmuschel. Bedeutet, wir haben Stereo-Sound. Was mir hierbei wichtig ist, ist, dass vor allem Sound von vorne kommt und nicht nur von unten. Das ist eine Verbesserung. Der Lautsprecher ist lauter. Er kommt natürlich immer noch nicht an Kopfhörer oder an irgendwelche Bluetooth-Boxen ran. Aber der Sound ist besser. Er ist lauter. Deswegen das auch noch eine klare Verbesserung zu den iPhones der vorherigen Generation. Und damit wären wir auch durch. Das sind die Dinge, die mir bisher aufgefallen sind, die mir im Alltag gut gefallen. Wie gesagt, es gibt auch noch einige Dinge, die mir nicht gefallen. Das Video könnt ihr euch hier direkt anschauen. Tut das auch und dann vergleicht die Videos und sagt mir, was ihr davon haltet. Sagt mir bitte auch, wenn ihr ein iPhone 7 oder 7 Plus zu Hause habt, wie ist euer Eindruck? Was gefällt euch und was gefällt euch nicht? Denn das ist für alle, die das lesen, einfach sehr, sehr hilfreich. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht habe ich was, was bei euch anders ist. Ab damit in die Kommentare und dann diskutieren wir ein bisschen. Das war es jetzt von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.